Musik In my place where I am found, I'm still amazed that you're not around. I know, I know that it's a blessing to be a man who can't pay attention. Herzlich Willkommen in Düsseldorf, wo 2012 ist das Thema heute. Mein Name ist Marc Efraim und ich werde Ihnen einige der Highlights zeigen auf der weltweit größten Messe hier in Düsseldorf. Musik Wir vom Motormagazin sind heute exklusiv auf dem Bavaria Messestand. Da habe ich mir ein ganz paar besondere Motorboote ausgesucht. Kommen Sie mit und schauen Sie mal rein. Der Direktor Marketing, Herr van der Leut von der Firma Bavaria. Schönen guten Tag. Ja, wir haben uns hier, oder ich habe mir dieses Schiff jetzt mal spontan ausgesucht. Was ist das denn für ein ganz besonderes Schiff, von dem wir hier stehen? Das ist zunächst mal unser jüngstes Boot, die Sport 39, die hier auf der Messe ihre Weltpremiere hat. Und wir stellen dieses Boot zum ersten Mal dem Markt vor. Es ist ein Sportboot, ein offenes Sportboot für den Mittelmeerraum und die sonnigen Gebiete dieser Welt. Ja, das sieht man auch hier wunderbar, diese schönen hellen Farben, dieses besondere exklusive Interieur. Welche Sonderwünsche könnte ich denn jetzt hier noch anbringen? Für mich sieht es jetzt sehr komplett aus. Also das Boot ist komplett ausgestattet mit einem Holzlaufdeck, mit einer Badeplattform, auf der wir jetzt gerade stehen. Es lässt sich individualisieren mit verschiedenen Farbdekors, Trimmstreifen außen. Das Neue am Boot ist, es hat große Fenster, sodass auch im Innenraum sehr, sehr viel Platz ist und Licht hineinfällt. Das ist nicht bei allen Booten so und der Kunde möchte das so, also haben wir ihm das heute geboten. Ja, liebe Freunde des Motormagazins, dann wollen wir mal schauen, was wir sonst noch zu sehen bekommen. Was hat Ihnen denn auf der Boot 2012 bis jetzt am besten gefallen? Wir haben noch gar nicht viel gesehen, aber hier ist es auf jeden Fall toll mit einem großen Yachten. Okay, was gefällt denn der Kleinen bis jetzt am besten? Das weiß ich noch nicht wirklich, oder? Hatten Sie einen besonderen Grund, dass Sie heute hingegangen sind? Nee, einfach aus Interesse, dass man sieht. Okay, gut. Ein bisschen gucken. Okay, also dann noch weiterhin viel Spaß. Ja, danke schön. So, und wir schauen noch mal weiter. Haben Sie schon ein halbes Schiff mitgenommen hier? Nee, aber wir waren eben in der Kitesurfhalle, beziehungsweise bei den ganzen Surfern. Okay, und was haben Sie da? Ein Ring gekauft und ein Trapez. Was ist das genau? Ein Trapez? Ja. Tja. Da hängen Sie sich normalerweise rein. Okay. Also Sie hier, Kite hier und dann geht es ab aufs Wasser. Oh, sehr schön. Wann probieren Sie es aus? Letztes Wochenende im April spätestens. Spätestens. Weil dann ist das Wasser einigermaßen warm. Okay, wunderbar. Dann wünschen wir euch einen schönen Urlaub. Danke schön. Und eine gute Zeit. Tschüss. Danke, ciao. So, das war doch mal erfolgreich. Jetzt schauen wir mal weiter. Was ist denn der Grund, warum sind Sie auf der Boot 2012? Weil wir uns die Boote halt angucken wollen, weil wir selber eins gekauft haben und dann guckt man halt, was man so für Interieur sich holen kann oder halt so, was es halt so für Sachen gibt, die auf anderen Booten auch drauf sind, wo man denkt, aha, das... Was haben Sie sich denn für ein tolles Schiff gekauft? Wir haben uns einen Oldtimer gekauft, eine Chris Crave 1957. Also ein Vollholzboot mit Mahagoni-Interieur und... Das wird sich... Das bedeutet viel Arbeit. Ich wollte gerade fragen, ist es schon restauriert oder eher noch nicht? Es wird schon, aber es wird halt nochmal das Unterwasserschiff nochmal gemacht. Aber es ist dann halt auch Hobby und dann kann man halt dann schon so einiges dran machen und das macht man dann aber auch mit Freude dann. Hilfst du denn mit beim Renovieren? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich? Dann wird es ja nie fertig. Doch. Wo fährt man denn so ein historisches Schiff? Auf dem Main, auf dem Rhein. Also wir wohnen direkt am Main, also von daher bietet sich das an für uns. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt bin ich endlich angekommen. Halle 6 in der Boot 2012 in Düsseldorf gehört zu den Hallen der Hallen. Warum? Hier gibt es die größten, schönsten und luxuriösten Schiffe der Welt. Und ich musste mir sogar solche Stulpen überziehen, damit ich hier gar nichts beschädige. Wir sitzen auf einem Schiff mit einem Wert von dreieinhalb Millionen Euro. Fangt schon mal an zu sparen. Ja, ich sitze hier richtig am Kapitänsplatz, direkt oben auf der Brücke. Und hier ist alles das, was man braucht. Also das Lenkrad, um dieses kleine Boot in die richtige Parklücke zu manövrieren. Ein Joystick, einmal zum Gas geben, das Navigation direkt hier, richtig groß für die älteren Herren unter uns. Und natürlich ein Telefon, damit man den Champagner bestellen kann. Also alles von hier oben. Also mir gefällt's. Ja, wir sind jetzt mittendrin in diesem Schiff und hier gibt es alles, wirklich alles, was man braucht. Also wir haben hier feinstes Porzellan mit Platinrand, Sterling Silber, neuestes Design der Gläser. Alles perfekt abgestimmt, farblich, so wie man es sich wünscht. Und wenn Sie zu Hause noch was kochen wollen, natürlich, die neueste Technik ist vorhanden. Und damit's uns immer cool bleibt, hier gibt es frische Getränke mit einem Freezer. Also alles das, was man braucht. Da sag ich nur, bon appétit.